So, weiter geht's direkt vor der Fünfzehn. Schwell-Rocket oder Suppression? Hier, ich bedanke mich doch mal, doch ist das Suppression-Fire bei Lidia ganz Oge. Roadblock-Goopy. New Training. Reduce all normal damage taken by two if you cover and not flanked. Cool. Felix-Krator. Kann ich mehr Granaten mitnehmen? Oder Danger Zone? Er hat keine Suppression genommen, aber er könnte die Raketen noch größer machen, aber dann mache ich nur noch mehr kaputt. Lieber zwei Granaten mitnehmen. Shirley Holmes. Flush oder Rapid Fire? Da sieht nichts, was an sich genau steht, nämlich Leute über Flaschen, dann kann ich Leute aus dieser Deckung treiben. Immer Watson, Support. Jawohl, ich habe einen eigenen Support. Wie gut. Wie gut. Wappenfragmente, Illyrium, Ufo Flight Computer. Alloids. Willst du jetzt mal gucken? Engineer. Build by Items. Wird halt ein? Oh, kein Request mehr. Okay. Engineer. Build by Items. Fünfze Ingenieure. Das habe ich immer noch nie. Scope, Arc Through, Nanofiber, Respiration Implant. Heavy Laser? Ich glaube, ich sollte mal einen Heavy Laser bauen für Kopie. Das wäre, glaube ich, an der Zeit. Ein Scatter Laser. Heavy Laser auf jeden Fall einmal. Manufacture. Kann ich mehr sein bauen? Kann sogar mehr sein bauen. Manufacture. Dann kann ich nichts erbauen. Schade. Mist. Laser can. Aber der kann jetzt aber auch nicht mehr erfruschen. Dann das nächste. Ha 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 ha. Na jaaa. Na jaaa. Scan für Aktivität. Reaperminer, Sie können und Sie assignen Ihre Research. So, Subtion. Implant ist beyond our capability. Wir werden nur able to use whatever we recover from alien craft and alien bases. Okay. Skeleton Suit. Dann brauche ich halt Alloys. Und hier brauche ich auch die Alloys. Ich brauche die Alloys. Ich benutze die Trottel. Dann nehme ich halt die Muton Autopsie. Das ist der größte physisch aggressiven Specimen, den wir so weit entfernt haben. Denen die Trottel sehr gut bezeichnen, als der Muton. Ich kann nur sagen, dass es eine kaltvolle Nachricht gibt, um so eine Designation zu finden. Habe ich nicht ganz nachgedacht beim Herstellen. Hätte ich mir für das Erforschen halt aufsparen sollen. Okay. Adrenalin. Okay. Overloads. The soldier. The soldier emits. When a kill is confirmed. The soldier emits. When a kill is confirmed. The soldier emits. The ground offensive benefits to all nearby squadmates can cure more than once. Every five turns. Okay. Tja. Jetzt muss ich entweder die Plasma Pistol oder die Plasma Rifle erforschen. Das kann ich nicht machen. Covered Operation. Tja. Da wird's wohl nicht so losgehen. Send Extraction Squad. Our collaboration is ready for extraction. Into about the location of the Exot Base. The safe connect base base. Descension. Launch mission. Major Guppy. Das haben wir jetzt hier. Wow. So. Added Unit. Loadout. Dafür gibt's jetzt fette neue Waffen. Was ist hat 72? Und jetzt 57. Dann kriegst du auf jeden Fall auch du die bessere Waffe. Das sieht mal fett aus mit dem Gelb. So. Added Unit. Loadout. Granaten. Und du kriegst dafür Loadout. Medikit. So. Sonst hab ich hier glaub ich nix mehr was ich. Ne. Was ich machen könnte. Wow. Ne ne. Covert Extraction. We are confident that you will handle this matter with the expression. All is ausgerustet. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen. Ja. Launch mission. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Exalt forces spooked one of our field operatives. Who is attempting to recover new intelligence by hacking an exalt com relay. Strike one is going in to ensure the operative is covered. Was ist das denn? We have to keep that operative alive if we're going to recover the remaining intel. Objective updated. Was? The cop operation must hack the exalt com relay. Okay. Den kann ich auswählen oder was? Ja den kann ich auswählen. Aber ich glaub das ich will den gar nicht großartig bewegen haben. Ich will erstmal meine Leute dort haben. Bevor er sich großartig bewegt. Unterwegs. Hm. Will ich sie? Ich will sie da hinschicken glaube ich. Damit sie nicht so ne Sicht hat nach da vorne. Damit sie nur schon mal da vorne ist. Vielleicht will ich wahrscheinlich hier mit dem auch mal. Oh mein Support vorgeschickt ist natürlich Quatsch. Naja schicken wir alle vor. Exalt hören. Okay. Shit. Die sind nämlich alle geflankt. Was mir gar nicht gefällt. One and gun hilft hier auf jeden Fall schon mal denke ich. Die kann ich auch gefangen haben. Ah sehr geil. 73 Prozent. 63 Prozent. 63 meine ich. Das ist nochmal ne Ansage. Aber die haben ordentlich Leben. Die sollen mit dem Critical Hit nicht raus. Ich glaube ich geh mal da hin. 43, 42. 46. 45. Ja. Ich glaube ich sollte die Dinger nicht zerstören. Ich muss sich mal hin bewegen. 77. Komm. Der ist tot. Und ich hab' den. Und ich hab' den. Und ich hab' den. Ich hab' den. In Bewegung. 53 dafür. Da wir anscheinend noch ein bisschen weiter kämpfen werden. Mal die, die nah dran stehen, ein bisschen schützen. So schön. Oh fuck, Raketen. Die haben ja Raketen immer dabei. Shit. Au. Oh shit. Ich brauche das mal auf die Mütze. Schön, aber ansonsten sind meine Leute umgedeckt vorne. Und eine Granate noch hinterher. No. Oh fuck. Sergeant Watson killed. So viel zu meinem Support. Wie der ausglitscht dort gerade. Probier ich jetzt mal den gefangen zu nehmen. Risky. 80%. Sehr gut. Funktioniert aber. Hä? Achso, der hat Stipps umgebrochen. Ist klar. Achso. 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 Fuck it. Ehrlich. Das ist ja mal richtig fett gelaufen. Richtig fett gelaufen. Der war da gerade. Ehrlich. Das ist übrigens dumm. Das ist mein einziges Support gestorben. Ich muss dort vor. Und der, der jetzt noch Leben dabei hat, der heilt sich erstmal selber, würde ich sagen. Ich könnte hier unter mich so ein Ding werfen. Ich könnte einfach mal hier nach hinten so ein Ding werfen. Mal gucken, ob da noch mehr steht. Billy. Aion. Okay Ja. Regeneration Rated to health, okay? Das ist ganz cool. Nein, er missed. Ahhhhh. Ahhhhhhh. Ist vor Corona Munition. und holt sich neue Funk neue Verstärkung an oder was? Der hat auch holotage-Ding. Sehr gemein. Kommen wir jetzt noch mehr? Oh, der braucht diese blöde Muni. Die hat noch keinen Run'n'Gun. Wobei mir das auch nichts nützen würde, aber wir müssen erst mal bis da rankommen. Soll ich mich jetzt doch mal bewegen lassen? Wenn hier hinten scheint nichts zu sein. Ich kann mich immer bis dahin bewegen und gucken. Es sieht nichts danach aus. Ich muss nämlich irgendwas sehen hier hinten. Wenn ich mich einfach mal dahin bewege, dann können die vielleicht meinem Team helfen. Ich hab keine Wurstung mit dem. Daran sollte ich vielleicht denken. Wenn ich mich dahin bewegen, sehe ich den dann immer noch? Nein! 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 Was schlimmste, was passieren konnte? Ich find noch welche. Oh, shit. Das kann er voll draufholzen. Au. Und die hat noch keine Gen-Mod. Oh, das töten die doch nicht etwa Lydia, oder? Ach, das ist der andere auch noch. Ah, mein Agent steht da hinten. Oh. Kann daneben. Nein! Nein! Keine, keine Granate. Oh, smoke grenade für die eigenen. Oh. Ich könnte noch ein Leben auf Lydia. Ein Leben. Letzt meine Flanke! Was? Was? Ja, es ist mir schon klar, dass du ein Problem mit der Flanke hast. Gleichzeitig habe ich hier aber jemanden, der schön draufholzen kann. Aber bloß vier Schaden macht. Schade. Vielleicht kannst du ihn ja töten. Nein! Immer noch ein Schaden zu wenig. Ach, Mann, ey, ehrlich. Ist mir jetzt egal, ich mach den halt jetzt weg. Vielleicht hätte ich den zuerst nehmen sollen. Vielleicht hätte ich mir die Menge Schlüsse sparen können. Oh, das ist mal eine Rakete, ey. Das ist mir... Ach, die beiden. Ja, genau so. Der hat Doppel-6 bekommen durch die Explosion des Autos. Okay. Suppression-Fire. Regenerated One-House. Und der SP-W kriegt einen Reaction-Shot rein. Und verfehlt. Nein, Lydia. Nicht verfehlen. Gefangenen. Horst du eigentlich jetzt da draußen? Du bist hier in der Position. Finde. Commander, unsere Operative ist in Position. Ihr RA-COM-Relay. Wir müssen nur aktivieren, um die missingen Daten zu den verwenden. Ja, würdest du ja gerne aktivieren. Ah, jetzt. Da ist nur noch das Relay hier drüben. Mal die Deckung vorbereiten. Run and Gun, würde ich mal sagen, bis dahin. 30% ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. 40% ist mehr. Aber weniger Schaden. Wenn man den nicht trifft, fallen sie auch nicht um. Der hat sich nochmal um zwei geheilt. Da müssen noch zwei stehen. Oh, nee. Oh, nee. Wo kommt der denn her? Oh, Gott. Ich glaube, es ist auch so eine Mission, wo es immer mehr werden. Und mehr werden. Da muss man ganz flink hier rüber. So. Jetzt brauche ich dich. Nee, erstmal muss ich Lydia da rausnehmen. Puh, wo tue ich's hin? Wahrscheinlich am besten mit hier rüber. Also ein bisschen mit Entdeckung. Von allem. So. Jetzt brauche ich dich. Wahrscheinlich schon am besten ungefähr hier. Wir laden und entfichern. So. Und gleichzeitig. Denke ich, will ich Kuppi hier haben als Deckung. Das Problem ist, dass es ein Sniper ist. Ich bin hier so scharf, warum ich mich direkt in den Sniper anzulegen. Du gehst einfach nur auf Overwatch. Die sind nicht ganz einfach, die Missionen hier. 37% für den Hit. Ich würde dich immer hier gaanz weit außen rum schicken. Der hat über Squad-Size gerade. Ich werde auf Overwatch sein. Fuck. Sie ist noch da mit dem Hals da. Nee. 4. Ja, da oben. So, den 50 hat der zum Treffen. Ich will eigentlich gar nicht mehr unbedingt treffen. Und wenn ich unbedingt muss, und da bin ich gerade nicht so wahnsinnig begeistert worden. Ich muss auf jeden Fall noch da rauskriegen. Bloodblock, Copy. Da ist ja noch eine komplette Deckung. Ich muss mich kurz nach hinten abdecken. Wenn sie reinlaufen, laufen sie rein. Wenn nicht, dann nicht. Ich bin leer. Ich bin leer. her ruhe steht vor allem der hier ist jetzt vor Ort ja ich will ihn hier raus haben 80 prozent, komm mach ihn weg ja gut da ist der hier hinten erstmal tot 81 prozent, der hat schon ein bisschen was abgekriegt, den brauche ich gar nicht so direkt kann ich den hier eigentlich hier hin nehmen und den dann den niedrigen töten lassen 100 prozent da hat er das Bock noch drin da wird dann der Lion earn der Promotion oh fuck komm ich da irgendwie hin muss ich da irgendwo hintreffen ja so ne wo ist das was ich will ich hoffe er trifft ja nicht das Ding hier vorne perfekt, weiter tot aber es können natürlich da hinten reinkommen ohne dass ich da auf Overwatch war der muss erstmal hier raus jetzt Commander, der Operative hat sicherlich erreicht die Extraction-Poente mit der Rückhandlung mit der Rückhandlung wir können entweder halten und eliminieren alle restlichen Hostiles oder移ern zum Evac-Poente und zurück zum HQ wir haben ein neues Objektiv soo, ich glaube ich will den Typen da noch töten der ging nicht auf den Sack mit seinem Karnatending und Star-Zeugs so der sieht mich dort nie sehr gut 48 ich den hier hin ziehe 37 versuch's mal damit ok ich muss über 58 auf dem hier haben oder dann halt noch eine Schredderrakete oder generelle Granate generelle Granate ist glaube ich noch das Beste oh da kommt noch mehr oh oh fuck ich hätte mich doch wieder zurückziehen sollen ich hätte mich doch wieder zurückziehen sollen definitiv ich hätte mich zurückziehen sollen lol nein 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 oh ich hätte mich so weit von zurückziehen oh Gott bin ich dumm ooooh 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 shit ich dachte der sieht die dort nicht woher wusste er dass die dort ist ach Mist ey das heißt er sieht ey damit habe ich nicht gerechnet Da stirbt sie halt noch in der letzten Runde Das war nicht die letzte Runde? What? Dann zieh ich mich jetzt auf jeden Fall zurück Da hab ich sie noch umsonst drauf gehen lassen Shirley Holmes Ach fuck it Völlig umsonst drauf gehen lassen Und hier hat es Continue mission Ich würde gerne alle mitnehmen Die noch lebend sind Danke Hey, habt ihr was gehört? Darf aber nicht noch schießen Doch, hat auch noch schießen Fuck Schieß zum Glück vorbei Ähm Also, just ready to extract Perfektion Ich denke, das kostete etwas, was wir getan hätten. Einige Aspekte unserer Forschung, die wir vielleicht verletzt haben. Und genauer treffen kann, wenn da Reaktion Shots sind. Hier eine Information über die Location von Exalt Base. Exalt Base ist East of the Atlantic Ocean. Okay, also irgendwo in Europa, Afrika oder Asien. Exalt Assault Rifle, Exalt LMG, Exalt Rocket Launcher. Die intel, die wir geholfen haben, war genug, um den Rest des Exaltes Zellen zu nehmen. Es scheint, dass es nur ein kleiner Teil der größten Klandestin-Operation war. Wir haben noch einige Beispiele gefunden, um die Location des Exaltes zu finden. Wenn wir mehr von ihren Zellen herunterladen können, dann können wir die Möglichkeiten abschließen und die Exalt once und für alle entfernen. Dann kriege ich einen Scientist pro Monat. Oh, ein bisschen mehr Credits auch pro Monat zu kriegen. Manzli. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Ach nein, Moment mal, ich muss noch kurz was machen. Baracken. You Soldiers. Ah, Customize. Shelley Holmes, die zweite. Ich bin schon dabei. Bestätige. Verstanden, Commander. Verstanden, Commander. Verstanden, Commander. So. Und dann wird das hier jetzt unser nächster Emma Watson. Solid. Affirmative. Stuck auf sie versuchten. Das war distributional. Swan Moss. Gerade ist der Fall nur das irre Luego. Die neue Handschuuuu- Herr ? Ob 같이. Hast du denn noch nichts damit? Lass dich schmerzen von鏡et? OFFIC dai. Ich gebe mir eine andere Farbe vielleicht. Komm, gebe mir die Farbe. So. Medals habe ich keine. Schade, da habe ich zwei wichtige, also eigentlich schon wichtige, oder zumindest in der Zukunft wichtige verloren. Moment mal, ich sehe gerade, ich habe einen Saliten über Argentinien und sollte ich auch nach Südamerika. Ja, Südamerika. Meine wie Schipless, mein Raven schicken. Transfer South America. Confirm. So, dann war es das für diese Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.